Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Heute gab es nach Patch Level 1940 neue Aufträge und die will ich mir mal schnell angucken. Und zwar heißt das ganze wilde Woche Spider-Man und Action. Wir müssen Spider-Man Netzschießer zehnmal hintereinander nutzen, ohne dazwischen zu landen. Mit Spider-Mans Netzschießer an verschiedenen Schauplätzen. 25 Meter zurücklegt, das ganze dreimal. Dann in der Luft Schaden zufügen, nachdem wir von einem Sprungnetz hochgeschleudert wurden. 350 Schaden müssen wir machen. Und dann mit einer Quadramat in ein Sprungnetz fahren und dann einen Trick erfolgreich ausführen. Und dafür gibt es dann ja Punkte. Wenn man mit der Quadramatrix macht, da brauchen wir 150.000 Punkte. Na ja, klingt mal ganz interessant. Ist mal neu. Werde ich dann mal loslegen. Raus kommt theoretisch. Ich nehme erstmal den Spider-Man hier mit, dass ich Notfalls abhauen kann. So, das war das. Ich bin in einem anderen Haus und habe mit den Netzschießern das. Hier unten geht das, ja. Oha. Sorry, my friend. Schade, schade. Ich habe alles bezahlt, aber der Spider-Man-Zeugend fehlt hier. 94.000 waren das nur. Tut mir leid, Tante. Ich mache noch mal hier meine Übungen. Ich mache noch mal hier meine Übungen. Ich mache noch mal hier. Damit werden die Spider-Man-Tricks jetzt auch erledigt. Ich sehe es so, dass ich... ...noch wünsche. So, ich muss ja noch den Schaden zu Ende machen, während ich von einem Spruchfeld hochgeschleudert worden bin oder eins benutzt habe. Und das heißt ja nur Schaden. Was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist, ob das auch an Gebäuden und an Ergegenstellen zählt, weil es heißt ja nicht an Gegnern oder Spielern. Ich habe das gestern zufällig mitgekriegt, da hatte ich glaube ich in der Luft zufällig ein Tier getötet. Und das hat auch gezählt. Mit der Pampkei kann ich natürlich nicht ganz so viel ausrichten. Ja, ich habe noch mal hier. Na, guck mal, ob das am Gebäude auch zähle ich, der Schaden mache. Ja, so. Wir haben mal die MP, ist besser wie nichts in die Hand. Jo, zählt auch perfekt. Das heißt, nur Schaden. Das heißt, man kann reinhüpfen, wo man will. Man muss nur Schaden der Luft machen, das war es doch schon. Ach, einfach geht es ja nicht. Perfekt. Damit wären die Aufträge dieser wilden Spider-Man- und Action-Woche auch erledigt. Ich sage, danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.